...wie ich denke und so sollte es auch wirklich sein. Nicht, dass man sich hier immer verschachteln muss und immer noch die Wahrheit sagen kann, wie man dazu steht. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Das Zerfetzen ist ja ganz gut, die Absteine hier. Zack, zack. Wo kommen die denn überhaupt her? Was ist das jetzt? Wieder alles aufstechen hier. Alles Stück zu Stück auseinander nehmen. So ist die Devise, so sollte es sein. Jedenfalls meiner Meinung nach, dass man alles erkundet, alles sieht, alles findet, alles durchsucht. Hier ist zum Beispiel ein Weg. Wo führt der Weg denn hin? Ah, das ist ein... Das ist so ein Boss-Fief. Jetzt habe ich die Fallen dafür hingesetzt und kann mir dann rumstehen und rausschießen. So, da haben wir direkt auch erledigt. Das war ein bisschen weggerannt, aber... Oder wie gesagt, wir sind jetzt mal einen taktischen Rückzug. Weglaufen tun wir ja nicht. Wir ziehen uns nur zurück. Es ist ruhig. In einer Welt voller Schatten stand ich als Dämonen-Sieber. Zack, 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 zack. Ob die Pfeile, die hier durchschießen, sich noch von anderem Weg bahnen können? Wäre ja mal lustig zu wissen. Schießt mir mal direkt auf die von hinten. Äh, äh, noch was? Elite-Kills. 35 Elite-Kills haben wir schon gemacht. So, ein Saber haben wir bekommen. Ein sehr, äh, ein Schwert ist das. Ein magisches Schwert sogar. Und hier gibt es nicht wirklich nur Hosen, können wir uns noch anziehen. Und ansonsten... 9,4 Schaden ist als Zweihand. 1,10 Attack-Power, also Attack-Speed jedenfalls. Ja, dann erkunden wir mal weiter. Das ist krass, bewegt sich da sogar auch mit. War der Bogen da nicht irgendwie ein bisschen schneller, oder? Ja, war ein bisschen schneller, glaube ich. Und dann ist das einfach nur gefühlt, dass der schneller ist. Also der hat eine niedrige Angriffszeit hier. 1,10, wenn der 1,40 hat. Und man kann sogar die... Lol, du kannst ja sogar hier die, äh, die Laternen runterschießen. Wahrscheinlich nur, wahrscheinlich nur, äh, gewisser ausgesuchte. Hm, 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 hm. Zack, und der Stump kommt weg. Ich glaube echt, dass der Bogen besser war. Jedenfalls ist das... Vielleicht ist das auch nur gefühlt so weiß ich ja jetzt gerade nicht. Na, wir hätten es dann auch wieder Viecher, dann einfach mal hinschießen. Also, ich, ich glaube, ich nehme jetzt echt mal, äh, hier den Bogen an, weil irgendwie, das geht schneller. Scheint. Ja. Und zwar, äh, es war im Endeffekt ein wenig weniger Schaden, aber, äh, die Schnelligkeit ist zwar dann auch wieder alles draus. Ja, es geht auf Weiten schneller. Obwohl der Bogen auch als, äh, zweihand deklariert ist. So, komm. Uuuu, zack. Kann ich die noch irgendwie runterballern? Also, bei der anderen ging das ja gerade eben. Ne, geht da anscheinend nicht. Schade. Gut, hier hinten rechts haben wir noch nichts frei gemacht. Da hinten stand gerade einer. Zack, Rockpile mal kaputt machen. Es war klar, dass irgendwie sowas passiert. Es sah schon so komisch aus. Oh, da waren wir da schon netten, äh, äh, netten Fernkampf. So, da haben wir auch wieder Gold hier. Fünf, 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 fünf Gegner massacern hier. Nein, sie sagten mir hier unten immer, ich hab einen leeren Slot. Und das kann gut sein, aber ich hab halt noch keine Gegenstände dafür gefunden. Beziehungsweise jetzt hab ich hier grad einen gefunden. Hä, was war das denn gerade? Hm, wahrscheinlich war der irgendwie durch ein Leck oder so zurückgezogen. Einfach mal da rüberschießen und gucken, was passiert. Und man kriegt einfach Zusatzerfahrung dafür, dass man irgendwas ins Leere schießt. Okay, wir schießen natürlich nicht ins Leere, wir schießen einen, wir schießen einen taktischen Vorteil. So, zack. Ich benutze immer zu wenig die rechte Maustaste, weil die hat ja eigentlich auch einen guten Schadensausput. Haben wir denn Rapid Fire? Ah, das ist doch viel besser. Still waiting. Also, wir werden gleich sehen, was das ist. Ich hoffe mal, das wird was Nettes werden. Ich glaube es nämlich schon. Ja. Ja, das macht doch Spaß, Leute. Kostet zwar ordentlich an, ähm... An dieser, an Hatred, aber... Oh, das ist geil. Das ist richtig geil, Leute. Ich sag euch, wenn ihr das... Wenn ihr Diablo holt, spielt den Demon Hunter. Also jedenfalls, äh, in dem derzeitigen Moment... Das macht sowas von Spaß, gerade mit dem. Durch diesen Eins-Bill macht er schon so unheimlich... Was ist das? Das ist einfach... Das ist zwar nicht saustark, ist aber auch nicht gerade schwach. Also, das ist eigentlich so ein Mischmasch. Das hat es auf jeden Fall in sich. Und da es nicht das Let's Play ist hier, also generell ein Let's Play, es ist halt nur ein Let's Test. Ähm... Ja... Sag ich mal so, verzeiht mir irgendwie, falls die Qualität nicht so pralle sein sollte. Wobei, ich glaube, das sollte eigentlich doch 1080p sein, wie beim Let's Play auch. Ich glaube, wir können das nicht knackig werden. So. Impact haben wir freigeschaltet. Was ist denn Impact? Das ist hier für... Fürs Impale. Fürs Impale habe ich natürlich jetzt nichts. Wann schalte ich denn das für den anderen frei? Für... Das ist Kaltrops. Äh, hier habe ich noch nichts. Rapid Fire kommt mit 11. Äh, man kann Feuer, äh, Pfeile abschießen und reduziert die Kosten einfach davon. Gut, eine Stimme da hier. Genau, war das hier weiter vor. Kann ich die kaputt machen? So eine, so eine Statue oder was ist das, was es ist? Bis zum nächsten Mal.